Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht wie raus! Grey Fox! Ein Name der Vergangenheit klingt besser als Deep Throne. Du bist es! Es sieht furchtbar aus, Nick. Das Alte bekommt dir nicht. Frohe, ich bin jetzt noch höher! Vox, warum? Was willst du von mir? Ich bin Gefangener des Todes. Nur du kannst mich befreien. Halte dich raus, Vox. Was ist mit Naomi? Sie setzt alles daran, dich zu rächen. Naomi? Du kannst sie als einziger stoppen. Ich kann es nicht. Warum? Weil ich ihre Eltern getötet habe. Ich war jung und brachte es nicht fertig, sie ebenfalls zu töten. Nach meiner Tat fühlte ich mich so schrecklich, dass ich das Kind nahm und als mein eigenes erzog, um mein Gewissen zu beruhigen. Sie sieht mich noch heute als ihren Bruder an. Vox. Von außen sahen wir aus wie frohe Geschwister. Aber jedes Mal, wenn ich sie ansah, blickten mich die Augen ihrer Eltern an. Sag es ihr für mich. Sag ihr, dass ich es war. Wir haben kein Zeit mehr. Hier ist ein letztes Geschenk von Deep Throat. Ich stoppe dieses Monster! Vox! 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 Im Nahen Osten jagen wir nicht Füchse, sondern Schakale. Anstelle der Jagdhunde brauchen wir königliche Falten. Vox! Ha, wie stark ist dein Exos-Glässt? Snake! Sitzt du einfach da und schaust sie beim Sterben zu? Vox! In die Ecke getrieben ist ein Fuchs tödlicher als ein Schakal. Er hat die Radarkruppe zerstört. Beeindruckend! Du hast den Codenamen Fuchs verdient! Aber nun ist es vorbei! Los! Schieß die Stinger ab! Fuchs! Wirst du schießen, du wirst ihn töten! Jetzt, vor dir, kann ich endlich sterben. Nach Sansibar wurde ich aus der Schlacht genommen. Weder wirklich lebendig noch tot. Ein unsterblicher Schatz. Nein! Das kann ich nicht! Endlich ein Ende. Der! Snake, wir sind keine Werkzeuge für die Regierung. Irgendwenn sonst. Ich habe mein Leben lang nur gekämpft und gekämpft. Aber wenigstens kämpft ich für meine Überzeugung. Snake, leb wohl! Er suchte den Tod und fand ihn. Siehst du, du kannst niemanden schützen. Nicht mal dich selbst! Stirb!